Ich frage mich, ob da noch Zweifel sind oder ob ich sicher bin, dass diese Tür sich schließt. Die Frage ist, bin ich ein Objekt oder ein Mensch, der jemandem wichtig ist? Und wenn es so wäre, was soll ich dann tun? Nur für dich selbst, sagst du die Dinge, die ich hören will. Nur für dich selbst, versuchst du mich zu verstehen. Nur für dich selbst, nur für dich selbst. Deine Hand ist nicht mehr als eine Warnung, die ich ausschlagen will. Deine Hand ist nicht mehr als eine Warnung, die ich ausschlagen will. Ich hab mich noch nie so erniedrigt gefühlt, so geschocken und geschlagen von der Welt. Da ist jetzt Blut auf meiner Hand, ich will mich leiden sehen. Ich will mich bemannt, weit weg verzehren. Und wenn es so wäre, was soll ich dann tun? Nur für dich selbst, sagst du die Dinge, die ich hören will. Nur für dich selbst, versuchst du mich zu verstehen. Nur für dich selbst, nur für dich selbst. Deine Hand ist nicht mehr als eine Warnung, die ich ausschlagen will. Blind im Sand hab ich meine Schuhe verloren. Blind im Sand stolperr ich vor mir hin. Auf der Suche nach nicht. Du warst es nicht. Du warst es nicht.